Willkommen zum ISM SPSS Online-Kurs. Dieses Mal mit einer Einheit zum Thema Unterschiedstests. Und hier insbesondere für den Fall, dass ich zwei binäre nominal skalierte Variablen betrachte. Wir haben hier das Beispiel. Wir haben zwei Variablen, in unserem Fall Portugal vorher, nachher. Die geben an, dass eine Person vor einem Ereignis, nach einem Ereignis, nach ihrer Meinung, würden sie in Portugal Urlaub machen, befragt wurde. Wir wollen jetzt testen, sind diese beiden Werte unterschiedlich. Hat also der Effekt, der dazwischen lag, einen Einfluss auf die Entscheidung der Person gehabt. Jetzt haben wir das ursprünglich auf einer Skala von 1 bis 5 gemessen. Wir haben das Ganze aber, weil wir für den Test jetzt eine Dichotome-Variable brauchen, also sprich nur 0 und 1 Ausprägung, auf dieses Niveau runtergebrochen. Ablehnung 0, das waren ursprünglich Werte von 1 bis 3. Zustimmung, würde ich Urlaub machen, 4 und 5. Das ist jetzt eine 1. Das Ganze haben wir für vorher und für nachher. So, wie machen wir das Ganze jetzt? Dafür gibt es den sogenannten Magnemar-Test. Den finden wir unter Analysieren. Nicht-parametrische Tests. Wir müssen uns daran erinnern, wir haben hier nur nominale Skalenniveau. Das heißt, wir können keinen Mittelwert berechnen, darum nicht-parametrische Tests. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben hier verbundene Stichproben. Das heißt, wir können entweder direkt hier diese Möglichkeit verbundene Stichproben nutzen. Oder unter Alte Dialogfelder und dann hier unten zwei verbundene Stichproben. Schauen wir uns erst die alte Variante an und dann werfen wir einen Blick in die neuere. Wenn wir hier die alte auswählen, dann sehen wir hier, wir müssen Testpaare definieren. Bei uns ist das Portugal vorher, Portugal nachher. Und dann können wir hier unten auswählen, welcher Test durchgeführt werden soll. Wir wollen an dieser Stelle Dichotome-Variablen, zwei Stück, nominal skaliert, einen Magnemar-Test ausführen. Das heißt, wir klicken diesen an und klicken dann auf OK. Dann sehen wir hier, es läuft auf den Chi-Quadrat-Test hinaus. Er gibt uns die Score dafür an und er gibt uns hier unten unser Signifikanzniveau an. Ein Wert von 0,00. Das heißt, diese beiden Variablen weisen unterschiedliche Werte auf, weichen voneinander ab. Und das bedeutet andererseits, es gab einen Unterschied, vorher-nachher-Situation, was auch immer dazwischen passiert ist. Es hat einen Effekt auf die Einschätzung der Personen von Portugal als Urlaubsland gehabt. Das heißt, es hatte einen signifikanten Einfluss auf die Einstellung unserer Probanden. Damit haben wir auch schon mal das gezeigt, was wir zeigen wollten. Wir haben einen Test, um zu schauen, ob verschiedene Ereignisse, Events, einen signifikanten Einfluss mit sich bringen. Das ist, wie gesagt, die Darstellung für die alte Variante des Tests. Schauen wir uns noch mal kurz die neue an. Gehen wir wieder auf Analysieren, nicht-parametrische Tests. Und auch hier verbundene Stichproben. Vielleicht noch mal kurz, warum verwenden wir hier verbundene Stichproben? Eine verbundene Stichprobe bedeutet, man hat für den gleichen Probanden eine Situation vor einem Ereignis und nach einem Ereignis. Es handelt sich in beiden Fällen aber um die Meinung des gleichen Probanden. Bei Unabhängigen sieht das anders aus. Hier habe ich verschiedene Situationen, verschiedene Gruppen. Da nimmt der gleiche Proband immer nur die Position in einer der beiden Gruppen an. Hier kann ich direkt 1 zu 1 eine Zuordnung vornehmen. Wenn diese 1 zu 1 Zuordnung vorhanden ist, spreche ich von verbundenen Stichproben. Klicken wir das mal an. Dann kriege ich diesen etwas größeren Dialog. Dann kann ich hier unter Feldern meine Variablen auswählen. Das heißt, ich brauche hier keine Paare zu definieren. Das macht er automatisch. Und kann unter Einstellungen entweder SPSS die Sache überlassen, den geeigneten Test rauszufinden. Oder selbst hier unten einen Test auszuwählen. Wir wollten einen Magnemar-Test durchführen. Das heißt, wir klicken diesen hier an. Wenn ich mir das jetzt genauer angucke, hier habe ich auch noch die Möglichkeit, genau zu definieren, was bedeutet jetzt Erfolg bzw. was heißt jetzt die 1, was heißt die 0. Da ändern wir nichts dran. Wir bleiben bei der Variante, wie sie voreingestellt ist und klicken auf Ausführen. Dann sehen wir, hier unten kommt der Test auf genau das gleiche Ergebnis wie vorher. Wir haben ein Signifikanzniveau von 0,00. Das heißt, wir müssen unsere Nullhypothese ablehnen bei einem Signifikanzniveau von 5%. Und hier haben wir zusätzlich noch die Information, was war eigentlich die Nullhypothese. Und das war in diesem Fall die Verteilung von verschiedenen Werten zwischen den beiden sind gleichwahrscheinlich. Das heißt, sie sind jetzt unterschiedlich. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Vorher- und Nachher-Meinung. Das heißt, das Event, was dazwischen passiert ist, hatte einen signifikanten Einfluss. Das wäre es dann auch schon zu dieser Session. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben etwas für sich hieraus mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.